Heute kommt niemand von der Sozialdemokratie, ist das richtig? Ja, weil der einzig bundesrelevante Politiker hier ist. Wer ist das? Achso, aber Sie werden sich ja nicht zur Sozialdemokratie rechnen, oder? Ja, logisch. Hallo, der Papi gehört dazu. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus dir.